es ist so heiß alter ich bin total nass geschwitzt warum nehme ich jetzt ein video auf weil ich absolut kerninkompetent war und absolut kein bock hatte irgendetwas heute auf instagram zu posten erstens mal mein handy leer zweitens war ich nur am schwitzen drittens das ist alles anstrengend vierten sich ab kein bock mehr deswegen ich wollte einfach mal hallo sagen 20 uhr geht's los ihr wisst bescheid ja stündchen noch ein gutes stündchen hoffe ihr seid wieder alle mit am start und hoffe ihr kommt jetzt gut durch den sonnigen freitag morgen soll es glaube ich bis zu 34 grad werden und maximal am ende alter wirklich bin klatschen also ich schaue hier aus als ob keine ahnung habe jetzt gerade alles auf durchzug gerade noch was gegessen vorbereitet und züpfe ich dann um halt noch mal unter die dusche damit ich für euch knusprig und knackig bin und ich hoffe ihr seid alle mit am start in diesem sinne haut rein bis nachher tschüss auch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017